Annika Pfirrmann, Wenzinger Realschule Freiburg. Also ich kann erst mal sagen, mit Frau Pfirrmann macht es immer Spaß, es wird nie langweilig. Sie ist halt hilfsbereit und sie greift uns immer unter die Arme. Ich finde, wir können auch sehr gut mit ihr lernen und vor allem auch schnell, was ich auch sehr gut finde. Sie unterstützt auch zum Beispiel die Inklusionskinder gut. Ich kann mich immer ihr gut öffnen, weil sie eine vertrauenswürdige Person ist. Meine persönlichen Gründe sind dafür, sie ist total sympathisch. Wenn es bei uns mal Probleme gibt, dann tut sie sich auch um uns kümmern. Und das ist wirklich gut für eine Leserin und deswegen habe ich sie gewählt. Ich war erst mal so was von sprachlos, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Also es war nie an so was zu denken. Und dann habe ich so gedacht, habe ich das jetzt echt verdient? Wo kommt es her? Und dann wurde mir aber schon klar, dass es jetzt eben nicht darum geht, ein spezielles Projekt zu honorieren, sondern dass das so die Zusammenarbeit von uns allen ist. Dass sie sich weiter begeistern lassen von vielleicht auch klassischen Lernthemen, Unterrichtsthemen, anderen Themen in der Welt. Dass sie sich da investieren und engagieren. Dass sie vielleicht auch durch die Aktion jetzt immer wieder lernen, wenn sie sich bewegen und einbringen, dann sind sie wichtig in unserer Gesellschaft. Und das wünsche ich ihnen, das gebe ich ihnen mit. Hoffe ich.